ja hallöchen ich kann doch nicht mehr in Aufnahmen sind wirklich jetzt kann ich Hallöchen jetzt sind wir in den Ranked Matches für unsere Challenge wer ist der bessere Terraner das heißt jetzt gibt es erstmal das anfangs MMR genau und dann werden wir ja gucken wer aufholen muss oder wer ausbauen darf richtig und bei mir geht's auch schon los ja bei mir ich habe vergessen anzudrücken naja passt schon das ist sehr gut wir werden übrigens diese beiden Videos gleichzeitig bringen also ihr könnt euch ich hab ein DIA Terraner GG mit meiner nicht Main Race gegen einen der Main Race Terraner ist anscheinend hätten wir gleichzeitig andrücken müssen vielleicht nur gegeneinander gezockt das wäre auch witzig gewesen ich glaube nicht wir werden versuchen mal wenn unser MMR gleich ist versuchen dann doch mal gegen uns zu zocken in der Angliste aber ob das wird wahrscheinlich schwierig gegen Terraner ey äh aber keine Ahnung wie unser gegen Zerk ja gegen Zerk geht immer noch Tanks 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 und Marines aber ich werde einfach jetzt schießen was soll ich machen ich schieß einfach ich spiel keine Ahnung Lootballin du weißt es ist immer sinnvoll äh zu äh auf Makro zu spielen um seine äh um seine Fähigkeiten besser genau ich spiel Revolent also ich werde mich an dem Makro-Spiel Werk zu tun außer der Zerk macht mich gleich komplett kaputt hat ein Gas hat eine Barrack ich will doch gar nicht mit dem scouten scouten aber erst mit dem siebzehner wenn es Hecke ich auch ein bisschen eher fahren kann ja naja egal wo einer kam zu ihm rüber gefahren dann kann man nicht scouten doch jetzt kann man scouten alles schicke alles schicke der Zerk kam auch noch nicht scouten also ist wahrscheinlich doch nicht so guter Zerk oder es kriegt gleich übelst ein All-In um die Ohren geschossen gut meiner ist halt ein DIA-Spieler oder das ist schon der sollte was zu können der sollte was zu können so haben wir schon ein Tool ne Gas hat er jetzt auch ein Tool steht zwar schon aber Gas hat er noch nicht also das sind nur Lowlinge boah da kannst du ja eigentlich schon schön mit einem Reaper mit zwei Reaper so viel Damage machen eigentlich wenn wir so einen Reaper haben ist der Ex-Tater vielleicht hat er noch eine dritte genommen kann ich auch vielleicht nochmal kann ich auch vielleicht nochmal oder hätte ich bei Toast gemacht nur als Terraner nicht oder was ne booger auf euch booger auf euch booger auf euch booger auf euch ist meine Fabrik und dann bei euch ein Depot ja die Polen ist vielleicht okay noch mal bauen das ist ja gerade und dann noch ein Reaper oh der hat aber eine Queen nicht genug nicht genug nicht genug nicht genug ich habe absolut keine Ahnung was gegen Zerg machen wollen ja gegen Zergs muss eine Sache ne Rache serviert man kalt auf jeden Fall ein zweites Orbital Command so immer jetzt ein Go Rache serviert man kalt natürlich oh das ist alles erweite wohl fertiggestellt wurde gescannt und dann er spielt massaliens und bunkert sich ein Nein, wie immer. Ich werde Kreuzer spielen. Die sind echt hart geworden. Ja, das stimmt. Kreuzer sind echt böse. Kreuzer könnte ich auch spielen. Oh, der ist schon in der Führung. Hat schon Bunko überall. Ja, gegen den Dia-Spieler. Ja, du kriegst gleich einen Dia-Spieler. Das ist schon... Du weißt ja nicht wie du vorher gespielt hast. Du weißt ja nicht wie du vorher gerankt bist. Ja, da brauch ich auch nur Platyman überhaupt. Ich hatte ja geguckt, ob ich geaxed habe. Okay, jetzt bleib nicht geaxed. Das ist ja bescheid, das vorne. Ja, das sieht halt alles jetzt so. Ist halt so. Jetzt hat er mich nochmal gescannt. Kommt bestimmt gleich was. Wir sehen, dass wir jetzt keine Benji bauen. Wir wollen lieber noch nichts weiter. Insi-Boomsi. Hast du Abwehr jetzt bei deinem Kreuzer und vorne? Ne, ne? Ja, doch. Ja. Ja. Aufgedankt und Einsatzbereit. BBS bereit. Da kann ja mit Nydos kommen und allen Scheiß. Ja. 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 Naja, Tifos, ja, baue ich. Durchgängig fast. Und Panzer können wir bauen. Ich hab so viele Mineralien. Vorne Kräuter. Durchgeladen und entsichert. Abgeschlossen. Wir nehmen auch noch mit. Ist gar nicht, ob der schon ein drittes oder ein viertes Base hat. Naja, der scannt mich gern. Der wird dann dauernd gescannt, ey. Naja, der will genau wissen, was du tust. Nicht gemütlich Mineralien. Das will ich selber nicht. Nicht gemütlich Mineralien. Nicht gemütlich Mineralien. Nicht gemütlich Mineralien. Nicht gemütlich Mineralien. Sobald ich meine Kreuzer hab, nicht den reinen Gegner. Geh nicht mehr einfach mal hübsch. So, auch Tigger schreit schon. Na super. Wer hat die Flotte gerufen? Ja, gleich Tigger. Wir gehen gleich raus. Ich mach jetzt mal hin. Ravager, Ravager, Ravager. Oh, ich bin so tot. Wo ist mein Panzer? Da oben. Da steht er gut, wa? Oben sind wir gut. Oh. Ich hab doch Depots gebaut, oder? Ich hab schon nur Depots. Man braucht viel zu viele Depots als der Rahner. Ich hab natürlich kein Gas. Ja, Tigger, ich bin gleich so weit. Ja, Tigger, ich bin gleich so weit. Ein paar kleinere Lergenfritzer. Ja, es verwöhnt eure Hunde. Nicht gemütlich Mineralien. Nicht gemütlich Mineralien. Nicht gemütlich Mineralien. Auf dem Weg. Was? Ja, das wissen wir was da hier leben, mein Freund. Wenn man keine Luftabwehr hat, landen dann die Kreuze an der Base. Und nun, was ist los? Los, los, los! Wer hat die Flotte gerufen? BBS bereit. Ja, Commander. Hm. Kreuze einsatzbereit. BBS bereit. Ja, jetzt haben sie sich selbst gekillt hier. Ja, Commander. Geschwader unterwegs. Bin unterwegs. Schlaf. Die Zipps sind richtig geworden. Kannst du weg? Versteck. Wird gemacht. Jawoll. Auf dem Weg. Immer langsam. Mussel hinna. Kurs ermítelt. Energi. Jaja, hier sind 3 Echsen bei mir. Das Spiel ist vorbei. Das muss ich wegmachen. HWO noch nicht erforscht. Richtig gut von mir. Und ich hab so viele Gminnereien. Scheiße. Noch ein paar Echsen bauen können. Ich hab nicht genug Rispieger. Es hat wohl nicht reichen, wenn er halt was. So, jetzt brauchen wir das hier noch. Zack. Nur zu. Wassen. BBF bereit. Hier komm ich. Nur zu. Wassen. Ich brauch mehr fürs Pingas. BBF Einsatz bereit. Pin auf die. Was ist wichtig? Abmarsch bereit. Oh fuck. Ich hab meine Kreuzer verloren. Ja, der hat schon überall geaxed. Ich hab keine Chance mehr. Meiner hat auch schon überall was geaxed. Ich hab kein Gas. Warum mach ich denn denn kein Gas? Ich komm echt nicht mehr klar mit dem Spielen. Was mach ich hier gegen Hydras? Äh. Marines? Tanks? Ja, der hat jetzt Panzer da unten stehen. Ja, der hat jetzt Panzer da unten stehen. Ach wirklich? Jawoll. Jetzt geht's los. Basisverteilung. Sicher. Es geht. Upgrade durchgeführt. Worauf soll ich fallausführen? Vorschläge abgeschlossen. Abmarschbereich. Erweiterung fertiggestellt. Verstanden. Mineralgenfeld erschöpft. Selbstgemacht. Mineralgenfeld erschöpft. Lassen wir es krachen. Was? Was wichtig ist? Von mir aus. Ach, der wird schon überall geextert, der Typ, ey. Ich krieg keine Chance mehr. Boah, sein hier natürlich voll rein in den Gegner. Erweiterung fertiggestellt. Was nicht passen wird, passend gemacht. Erweiterung fertiggestellt. Erweiterung fertiggestellt. Nicht genügend energie. Losgeladen und entsichern. Erweiterung fertiggestellt. Kann's kaum noch erfassen. Upgrade der Kommandozentrale fertig. Wann geht's los? Ich hör. Was? Hör. Es kann losgehen. Das ist ein Spiel, ey. Jetzt habe ich mal keine Minerals mehr. Ich bin echt nicht mehr klar ey. Wär jetzt dauerhaft gescannt, was macht denn der? Ah, die Kreuze sind echt hart. Ich glaube, der spielt mit mir. Ja, die Kreuze sind echt hart. Ich meine, die Tore sind echt böse ey. Er hat seinen Eidross weg, sehr schön. Los, los, los! Gigi, ich habe verloren. Der spielt nur Mech. Aber es geht eigentlich, es waren wenig Tanks dabei. So, dann kann ich dir mein MMR jetzt sagen. Ich habe einen 3200. 3200? Ja, ich bin Platin 2 gerankt. Habe gegen Dia 3 verloren. So, und damit beende ich dann erstmal meine Folge. Oder soll ich da mal warten jetzt? Erstmal warten. Bei mir sieht man jetzt nichts weiter. Ich kann leider nicht bei Mutti werden zugucken. Das wäre echt eine coole Option, wenn man da zugucken könnte. Ja, das wäre echt eine coole Option. Ne, ne. Ich kann eine Freundesnotiz anlegen. Ok, schreibe ich hin. Komischer Typ. Ok. Was kann ich noch? Ich kann Freunde ansehen, was er für Freunde hat. Er hat nur einen, das ist Luki. Gruppierungsoption. Ah, ich kann ihn einladen. Möchte ich nicht. Ich mag ihn nicht. Und ich kann ihn entfernen, das ist die beste Taste, die es überhaupt gibt im Spiel. Freunde entfernen. So, jetzt können wir euch noch ein bisschen verwirren und reden einfach die ganze Zeit weiter. Ja, jetzt gehe ich drauf. Jetzt geht er nämlich drauf. Also, ich weiß es nicht. Komm nicht klar im Spiel. Terraner halt, ne. Komm nicht klar. Ich habe bestimmt auch nicht viel gemeckere geben, wie schlecht ich eigentlich Terraner spiele. Ja, ich spiele auch schlecht Terraner. Echt schlecht. Gerade, was ich hier mache. Ich habe gerade verloren. Aber es ist bestimmt ein höheres MMR als ich. Glaube ich nicht. Und? Vorbei, oder? Ne, noch nicht. Ich werde mal eigentlich hier noch ein bisschen Eco sammeln. Ich habe gesagt, ich habe 3.208. Was habe ich denn als Zerg? Da habe ich auch nicht viel mehr. Ja, es hat Roaches dazu verloren. Als Zerg habe ich 3.5. Na gut, es sind doch ein paar Unterschiede. Naja, das ist klar. Unbeschwindig. Ja, das wäre dann Veteraner zu leicht. Ja. Ne Ahnung, was das für ein Zerg war jetzt. Der war auf jeden Fall stärker als ich. Und, was bist du? Ich bin noch nicht fertig. Du hast doch gerade gesagt, der ist stärker als du. Ja, der kam eigentlich nicht gerade an. Oh. Also, Großmeister. Hä? Der Großmeister Top 16, Platz 1 ist ein Terraner. Ja, ist klar. Dann kommt Brodus, Zerg, Brodus. Und dann kommen nochmal 2 Terraner. Und dann kommen Zerg, 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 Zerg. Und dann kommen ganz viele Barcodes. Barcode Brodus, Barcode Brodus, Barcode. Es ist durchwachsen, sag ich mal so. GG, ich habe verloren. Gerade. Aber der Radar hat mit Abstand 7200 MMR, hat der, ne? Und danach kommt 7000. Das ist schon etliches. Ist richtig. So, ich bin bei 3692. Ja, du bist ja schon DIA. Ja, DIA 3 gerankt. Ist du? Ja, das ist ja schon vorbei. Das schaffe ich gar nicht. Was warst du? Ich bin 3-2, ich bin Platin. 3-2? Na komm, die 400 MMR. Das sind 400 MMR. Ist aber schwierig. Komm, ich werde bestimmt droppen auch noch ordentlich. Das kann auch sein, ja. Also die 3692 werde ich wahrscheinlich nicht halten. Was war dein Gegner? Der war 367, also 100 MMR mehr als ich. Okay. Ich habe auch 48 MMR verloren. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bei den nächsten Spielen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020